Hallo Leute und seid herzlich willkommen zu der nächsten Folge Hexzit Together mit dem Spectalecta der ja schon hier steht und dann sind natürlich auch Paddleplay TV mit dabei Hallo alle Hallo Hallo ich bin Archabelle So ich bin das letzte Mal einmal gestorben So ich bin jetzt gesehen und wir waren hier oben Ich wircup das letzte Mal zehnmal verreckt Hello So jetzt mach ich hier von der Borg Ich zähle mal nach, hier liegt Action Link No, erstmal wieder raus hier aus der Borg Könnt ich sagen Ok Ich werd ignoriert Auf der anderen Block hinten gibt's übrigens auch Spawner dann Ich brauch Essen Ich brauch Essen Ja Ich brauch Essen Du brauchst Essen Hier hast du Essen Schmeiß es mir auf den Boden Ja wir müssen da hoch rechts Oh hier steh ich schon heute Eigentlich wenn ich grad so nachdenke Die Mannschaft ist ja eigentlich voll unhygienisch Echt? Ja weil man schmeißt das Essen auf den Boden Oh der schießt Sniper-Duell zwischen Specter und Der Walker von Zert Der hat noch nicht einen einzigen Treffer gelandet Specter mit seinen Bogenskills So ich werd mal sagen hier hoch Ja jetzt will ich mit der Hand zum Mikro umkommen Los Multi Anreize Ich hab's mir einfacher gemacht So Gold Wieder Redstone Kohle Oh nachher die ganze Sortierei wieder Ja Das wird schön Gut dann so ich wär da Ich wär bei den zweiten Guck mal was ich hier habe Diablog Walker Sword Walker Sword Walker Sword Schau mal was ich jetzt kann Ja schöne Spielerei Du legst wieder rein bevor ich sterbe So hier haben wir noch Äpfel Und noch rohes Fleisch Ich würd mal sagen du nimmst ja was zu Esken raus Chemo Weil du hast ja nie was dabei Es war glaube ich jetzt ein Diss. Ich weghalte den Sohn aus. Spiegel 1. Ich bin nicht der einzige der noch nicht gestorben ist. Ja, stimmt, du bist doch nie gestorben. Noch nicht. Specta, du hast die DIA-Chestplate. Fühl dich jetzt nicht hier so? Ich habe einen DIA-Block, ich mache auch einen DIA-Chestplate. Ich habe da einen DIA-Block gedropped bekommen vom Walker King. Okay. So, ich gehe mal rein, so in die nächste Festung. Ja, wir gehen zusammen. Muss bauen. Die ist ganz nahe. Die ist etwas schwieriger, sage ich euch direkt. Warte, Spektor. Da unten ist auch mein Grabstein. Ja, und wenn wir unten in die Katakomben reingehen, da unten gibt es eine Mine. Da ist die Riesenspinne drin und da gibt es einen guten Loot. Ich will die Spider-Hook. Da gibt es die Spider-Hook. Ich will die Spider-Hook. Ah, Vorsicht, da schiebt es gelätzt. Ich bin bald unten gewesen. Ja. Ich muss die Spinne suchen und töten. Um mir die heilige Spider-Hook zu sichern. Ah, Hilfe! Scheiß gelät. Ich muss mit dem Walker Sword kämpfen. Hier sind DIAs. Multi, komm hier runter. Oh ja. Ah, komm. Wo ist DIAs? DIAs. Hier sind DIAs und da hinten sind noch mehr DIAs. Da sind DIAs. Und da hinten. Da sind DIAs. Und da hinten. DIAs. 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 Nein, hier auf der Ecke. Hier waren irgendwo DIAs. Ich habe kein Schwert. Deswegen muss ich mit dem Walker Sword kämpfen. Hier. Da sind die DIAs. Ich habe auch DIAs gesehen. Ich kann kein DIAs Schwert machen. Erstmal ein bisschen aufrüsten würdest du. Hm. Ey, hast du 6 DIAs, Bektor? Okay, ich kann das schon mal. Gut, ich kann mir mal einen DIA healen. Machen. Ich habe 6 DIAs. Oh. Ja. Ich habe auch nochmal 8 DIAs. Sehr gut. Äh, irgendwie teleportiert sich hier irgendwo... Mobfarm. Ja. Hör doch mal auf zu spielen mit dem Ding. Das nervt. Okay. Hm. So, Arisen. Machen. 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 Das ist genauso ausgerüstet wie ich. Sogar noch besser wegen dem Helm. Ich brauche nur ein Schwert. So, da unten geht es auch noch DIAs. Gehen wir da noch hin. Ja, da gibt es welche. Ah, danke. Na, jetzt haben wir nur noch 3 DIAs. Die lege ich in den Chest rein. So, ist es hin. Oh, ich habe nochmal einige DIAs. Ja. Ich komme wieder runter. Mobfalle. Du, 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 du. Oh, jetzt müssen wir das erstmal. Gut, ich habe 11 DIAs nochmal. Ja. Okay. Oh, jetzt sind noch mehr. Alter, ich komme in diesen Katakomben nicht gar nicht. Ja, auf jeden Fall gibt es DIAs. Wo bist du? Ich bin jetzt, äh, da noch ein bisschen weiter gelaufen. Einfach, wo wir vorhin auch waren. Wo du deinen DIAs gefunden hast. Okay. Ja, auf der anderen Seite, wo das Dungeon auch ist, da sind auch DIAs in den Pendeln. Ich denke, ich komme dir zu Hilfe in den Dungeon. Oh, das ist GULT hier, ne? Ah. Wie eine Frühball DIAs und GULT überall sporen. Ich denke, es ist wahrscheinlich gerade so, ach nee, jetzt kommt der... So, ich habe auch wieder zwei DIAs. Das denkst du mir nicht, aber... Oh, die hast du echt leicht zu finden hier. Ja, klar. Das ist eigentlich auch nicht zu viel wert, sag ich mal. Die DIAs sind nicht zu viel wert, die hast du gesagt. Leute, da ist die Spinne doch. Tobi, hallo, hier unten. Oh, ich habe auch jede Menge DIAs gefunden. Ah, da bist du auch. Die DIAs ist DIAs. Ah, ich schock sie den Schucker. Sie liebt dich, Tobi. Ne, sie liebt mich. Noch einer. Oh, hier gibt's Lapis, nämlich auch noch. Ah, Lapis ist guter Trudefeier für Glück. Das ist guter Trudefeier für Glück. Hm. Was hier noch? Tobi, kannst du mir noch kurz Zeit spenden? Brau, eine super Höhle. Danke. Auf der anderen Seite wieder raus. Ne. Gebrüb mir den Herzen. Tobi, kriege ich die Spider-Hook? Ja. Ja, so können die Leute auch auf den anderen Kanälen vorbeischauen, sonst sehen sie es nicht, was passiert. Spider-Hook, da müsst ihr bei Battleplay TV schauen. Ja. Ja. Ah, ich bin vergiftet. Link, spannender Kampf. Uhu. Scheiße. Nein, die hat ne Bosch-Spinne gedroppt. Fuck you, mein Schwert. Du hast dein Schwert drauf geschlagen. Ich hab dein Schwert noch im Grund. Weil ich... Oh, der hat irgendwo angegriffen. Ah, von dem hier. Ja. Oh, da ist ein Creeper in die Luft geflogen. Ich kann nichts machen. Ich hab's gehört. Der hat mein Schwert. Hier, ich hab noch ein Riftblade. Ähm. Ah, jetzt schickst du den Rift? Das ist das Skelett. Was? Schickst du den Rift? Genau, da hast du ja die Beine aufgeholt. Hier ist dein Schwert. Hier ist dein Schwert. Boah. So. Ich glaub, wir gehen wieder zur Base zurück, Multi. Ja. Ich auch. Ich möchte meine 16-Dias-Sicht-Polieren. Ja. Erstmal safen alles. Wo komm ich halt Schläge? Ich bin jetzt da oben. Ah! So. Och, diese Scheiß-Case-Badass, ne? Die sind einfach so unnötig. Jo, ganz genau. Die kämpft! Tobi! Die dürfen uns das nicht gefallen lassen. Die kämpft nur noch. Ah, Case-Badass. Sie ist da unten! Ich bin jetzt da oben! Kälte spielen Tobi hat mir die Sparrow geklaut du musst was tun weiter zu werden zu Rüstung die Kraft so traurig war ein Zeichner als die jetzige Pläne und die Schleswig Rüstung sein ja bis zu für Oh, da kommt ein Creeper an. Come with me. Ja, der kommt gleich noch. Ja, den hab ich runtergehauen. Der ist ein Berg runtergefallen. Ich hab einen Hund, Leute. Okay, dann haben wir das schon mal. Ja, ein Creeper. Und, hast du alles? Ja, aber es war ein Gelegtes. So, ich bin hier auch noch die Iron Boots rein am Ding, weil die brauch ich ja jetzt erstmal nicht mehr. Hm, gut, neun Rüstungspunkte. Ja. Hab ich dich immer noch an der Leine? Tobi, wie krieg ich das weg? Ich hab ja noch Iron Ore. Wegschießen. Ach nee. Da wollen wir auch mal reingehen? Ja, wo müssen wir runter? Hab ich dich immer noch? Ja, komm mal nach vorne. Warte, komm ich zu dir. Siehst du mich? Siehst du? Ah, da. So. Ich komme, ich komme. Ah, Tobi. Dann. Ja, nur da unten hab ich so eine Brücke rüber gebaut. Ah. Ja, bloß runter. Ah, ein, 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 ein Creeper. Vorsicht, da ist irgendwo ein Skelett. Und schieß doch hoch. Ah, ich hab mir so, ich würde auch keine neumodischen, äh, Wörter sagen, okay? Ach so, dieses Skelett hier. Ja. Gut, ich komme. Ich hab's wieder hoch. Ja, sollte schon gehen. Ah, warte. Ja. Ich habe... ...netz... ...Gann. Damit kann ich mich... ...die Spiderman. Okay. 6 es gibt eher okay wo 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 steinigend es ist ein nach vorne der gute Bochel hier Oh, achten, da bin ich Okay, ich komm mit euch mit Könnten sie mir zu viele böse Oh nein, ihr Wolki warte auf mich SPIDER HOG Ja, fall doch runter Oh, es geht dunkel Er ist mit den Fahre gesetzt Okay, ich bin nach bei euch wieder Wir sind hier im Krieg und Spektra sorgt für Licht Natürlich Oh, jetzt geht's ab Na ja, Spektra, mach das ruhig da vorne Nein Oh, mach du das ruhig Die schießen Die droppen Iron Geil Oh, mach mal was Oh, chemo Oh, wo, 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 wo Okay, Vorsicht, Vorsicht Äh, Hilfe Leute Ich dachte, es wird zu eskalieren Wir haben die ganze Kajüte hier am Schiff Oh, oh Oh, oh, da sind drei Burg Alter, wieso sind da immer da die Leute, wo ich sterbe Erst die Burgenschützen aufs Korn nehmen Ja, okay Okay, ist klar Wir sind langsam down Nein, ich hab nur noch zwei Herzen Komm hier rein, komm hier rein, komm rein Nein, ich werde gar nicht sterben, glaub ich Geht in ein Haus rein, geht in ein Haus rein, die können da nicht so schnell rein Ähm Alter, ich hab jetzt vor 200 gesnipt Link Nein Ich brauch deine Hilfe, sonst ist wieder die Diabrust hinzu weg Oh, ich muss das heißen, was mir Ja, ich bin auch gleich tot Ja, ich bin auch gleich tot Okay, zwei Herzen Oh, ne Chest hinterfackeln, Gold Hallo, 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 hallo Oh, ne Reinforced Iron Chest, sehr schön Oh, huuuhu Okay Action Pooh auch, diese Folge Okay, wo sind die? Ja Steht ein Bogenschütze, den schieß ich mal weg Gut, mit dem Equip, was hier ist, sollte ich mich noch retten können Ich bin Tobi, ne, ich bin der Untergerüstes-Dieber Mensch, stirbt der auch heute noch mal Spectre hat fast voll hier Ja, ich auch Ja, ich nicht, ich hab nicht mal einen Teil Boah, ey, für Pfeile muss ich auf den schießen, das ist immer umgekehrt Ich brauch keine Diags, ich hab mal nicht so mal Oh, Leute, oh Leute, oh Leute Oh, das ist so viel los Spylog Du, 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 du Wo ist Tobi gestorben? Kein Plan Hier unten in dem Loch Hier unten in dem Loch Beste Definition jetzt zu viele Leute Hilfe, 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 Hilfe Ich bin auch da Warum bist du im alten Dungeon? Ah, weil ich da noch bin, weil ich zu euch kommen wollte Zwei Herzen und ihr habt ihr habt sie gesagt hier ist noch einer Tobi bist du dumm oder so? Boah, meine Alter, warum bist du gestorben? Die haben aber halten, aber was aus, Alter. Wenn man jetzt da reingehen wird's kritisch. Spider-Horse! Ach, ihr legt's doof! Ach, Leute, legt ihr eins da? Ach, das war eins da, wo ich grad eben verweckt bin. Wo, 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 wo. Da gehen wir wieder zu viel ab. Ja, Alter, Alter. Okay, den hab ich gleich. Ja, der ist weg. Blink aufpassen. Ich kenn hier, glaub ich, ist das hier? Ja, es ist hier. Ich muss dahin. Tobi! Ey, wo hab ich die Iron-Chest-Blöde? Das war die, was ich... Oh, 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 oh. Komm, ich zeig's nur, was du hast. Gut, ich kümmere mich mal um diejenigen, die hier kommen. Ja, vorsichtig, da kommt ein Creeper bei. Ja, ich hab's gesehen vorhin. Oh, ah. Ah, wir haben ja viel... Okay, der Timer geht, wollte ich schon mal gesagt haben. Okay. Okay, wir haben einen Stuff wieder. Ah, Multi, du hast ein Problem, glaube ich. Ich helfe dir gar nicht. Ich helfe dir mal. Okay. Unterschließt der Eino. Ja, an dir Archer, Vorsicht, die sind stark. Ja, die sind echt stark. Link muss nicht mehr zusammenbleiben. Regenerier dich, ich hab ihn hier in der Ecke. Ja, ich hab jetzt wieder 7 Herzen. Ja, jetzt ist er runtergefallen. Ja, gut, so. Mir ist noch ein Archer. Ich bin ein Spider-Hook, man. Ein richtiger Boss damit. Hä? Ich flieg immer so hoch, wenn du dich schlägst. Ich glaube, das ist wegen einem Giant Sword. Ah. Oh, wir können ja das Loszone auch abbauen und mitnehmen. Das stimmt's. Gute Idee. Ja, Leute, wir müssen jetzt die Folge beenden. Jaaa! Ich komme. Ja, wir beenden auch jetzt die Folge. Wir sind ja eh fertig mit der Folge. Timer ist ja schon gegangen. Was hast du denn nur gemacht hier unten eigentlich? Ich bin jetzt schon weg, ne? Oh, oh, fuck, da kommen ganz viele. Ja, Vorsicht. Ich hab da nochmal reingeschaut. Mhm. Ich würd mal sagen, wir gehen aus der Box so lange raus, weil wir müssen die Folge beenden. Ja. Oh, oh, fuck. Na, der hat Sloan jetzt nicht mehr gegeben. Hey, ich hab dir zufällig da schon mal einen Tierarcher runtergeschossen. Ja, Sloan jetzt zwei hat's mir gegeben. So, bauen wir uns zu hier so lang. Damit hier nichts spawnen, leuchte ich aus. So. Also, dann würde ich euch sagen, danke fürs Zuschauen, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, und schaut auf einen anderen vorbei. Und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Mach's gut, Leute. Ciao, ciao. Okay, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.